Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr für eure Rechte kämpft und dass ihr hier steht, jeden Montag, dass ihr es so durchzieht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an Andreas und sein Orga-Team, das mich in den letzten Tagen hier wirklich sehr, sehr unterstützt hat.